Wenn man von Edelmetallen spricht, denkt man oft an Gold und Silber, die in der Schmuckherstellung verwendet werden. Auch Platin, das für Schmuck aber auch in vielen Technologien verwendet wird, kann einen in den Sinn kommen. Und das war es dann auch schon. Dabei gibt es viele andere Metalle, die wertvoller als Gold sind, weil sie selten und unverzichtbar sind. Dies ist der Fall bei Palladium, das nach Gewicht doppelt so viel Wert ist wie Gold. Ein seltenes Metall, dessen Verwendung und Preis weltweit gestiegen sind und das eine neue Klasse von Autodieben hervorgebracht hat. Bleiben Sie dran, wir erklären Ihnen sofort, was es damit auf sich hat. Da die steigende Nachfrage für einen Mangel an Palladium sorgt, ist das Rennen um eine neue Alternative eröffnet, bevor die Autoindustrie wirklich in eine Sackkasse gerät. Palladium ist ein grau-weißes Metall, das erstmals 1803 von William Wallastone entdeckt wurde und zu einer Gruppe von Metallen gehört, die als Elemente der Platin-Gruppe oder Platinoide bezeichnet werden. Diese Elemente sind für ihre hohen Schmelzpunkte, ihre Korrosionsbeständigkeit und vor allem für ihre großen katalysischen Eigenschaften bekannt. Wenn wir chemische Reaktionen steuern wollen, besteht das Problem oft darin, dass sie zu langsam ablaufen. Ein Katalysator ist daher bemerkenswert, um die Reaktion zu beschleunigen. Und Palladium ist sehr effektiv in der heterogenen Katalyse, das heißt einer Katalyse, bei der sich ein Katalysator wie Palladium in einer festen, oft metallischen Phase befindet, die von den Reaktanten, die sich in der Gasphase befinden, getrennt ist. Bei dieser Art von chemischer Reaktion finden die Substrate eine Oberfläche, auf der sie sich sehr schnell anlagern und neu organisieren können. Dann, wenn sie sich neu angeordnet haben, werden sie wieder abgelöst. Diese Oberfläche, die die Neuanordnung der Moleküle ermöglicht, ist der Katalysator. Er wird in der Reaktion nicht wirklich als Reaktant oder Produkt verwendet. Er macht die Reaktion nicht möglich, aber wenn sie es ist, kann er sie stark beschleunigen. Palladium wird seit der Einführung strengerer Abgasnormen 1975 in den USA in Autos verwendet und ist seit 1993 in Europa für Neuwagen vorgeschrieben. Es wird in ein Gerät eingebaut, das Converter oder Katalysator genannt wird und mehrere Arten von giftigen Emissionen gleichzeitig bekämpft. Ein Verbrennungsmotor produziert nämlich, wenn er läuft, drei Arten von Stoffen, die nicht in die Atmosphäre gelangen sollen. Unverbrannter Kraftstoff ist natürlich ein Problem. Ein weiteres ist Kohlenmonoxid, das von einem Kraftstoff stammt, der nur teilweise verbrannt wurde. Das dritte Problem sind Stickoxide. Im Motor kann der Stickstoff in der Luft oxidieren und so verschiedene Stickoxide bilden, die sauren Regen verursachen können und von denen einige eine ähnliche Toxizität wie Kohlenmonoxid aufweisen. Wenn diese Gase also durch die Wabenstruktur im Inneren eines Katalysators strömen, arbeiten die Palladium-Nanopartikel und andere Platinoide, die sich darin befinden, wie zum Beispiel Rhodium, um die giftigen Gase zu verbrennen oder in weniger schädliche Gase zu zerlegen. Katalysatoren haben seit ihrer Einführung in den 1970er Jahren zu einem deutlichen Rückgang der Emissionen von Kohlenmonoxid und Stickoxid geführt. Und je mehr Palladium sie verwenden, desto effizienter sind sie. Während immer mehr Hersteller versuchen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und an Orten wie Europa und China strengere Emissionsvorschriften eingeführt werden, steigen die Nachfrage und die Kosten für Palladium sprunghaft an. Es gibt einfach nicht genug für alle. Beispielsweise werden in den USA jährlich nur etwa 14 Tonnen Palladium abgebaut, aber mehr als 90 Tonnen pro Jahr verwendet. Und mit nur zwei großen Palladium-Lieferanten weltweit, Russland und Südafrika, gibt es einen echten Engpass, um das Metall dorthin zu bringen, wo es am dringendsten benötigt wird. Man muss dazu sagen, dass die Konverter in den Fahrzeugen ziemlich exponiert sind. Man muss sich fast nur bücken, um sie aufzuheben. So gut wie jeder, der mit einer Säbelsäge oder einem Trennschleifer bewaffnet ist, kann sich unter ein Auto schieben und den Katalysator herausschneiden. Jeder Katalysator kann zwischen 2 und 3 Gramm Palladium enthalten und auf dem Schwarzmarkt zwischen 500 und 1000 Euro einbringen. In den USA werden jährlich 85 Tonnen Palladium recycelt, wobei fast alles aus ausrangierten Katalysatoren stammt. Diese Art von Geschäft entsteht, wenn eine Industrie nach dem kleinsten verfügbaren Fall eines Edelmetalls sucht. Das geht so weit, dass dort die Preise für den Rückkauf der Konverter zum Recycling ebenfalls in die Höhe schnellen und mit den Preisen auch die Gier steigt und damit die Diebstähle. Während die Preise für die Edelmetalle im Inneren der Konverter weiter steigen, nimmt auch die Geschwindigkeit zu, mit der sie gestohlen werden. Allein in den letzten drei Jahren sind die monatlichen Diebstähle von Katalysatoren in den USA von etwa mehr als 108 Diebstählen pro Monat im Jahr 2018 auf mehr als 1200 pro Monat im Jahr 2020 angestiegen. Der Palladium-Preis ist die treibende Kraft hinter dieser ganzen Geschichte. Sodass Sie sich sicherlich fragen, warum wir uns bei wichtigen täglichen Aufgaben auf ein so seltenes Material verlassen. Um ehrlich zu sein, haben wir im Moment nicht wirklich eine Wahl. Aber das könnte sich ändern. Der Ersatz von Edelmetall ist ein aktives Forschungsgebiet. Das erklärte Ziel ist es, diese seltene Metalle über technologische Innovationen durch viel gebräuchlichere Materialien zu ersetzen. Nicht nur in katalytischen Konvertern, sondern in vielen anderen Anwendungen, in denen Edelmetalle wichtig sind. Dies bleibt jedoch eine sehr große Herausforderung. Ein anderer Ansatz besteht darin, Materialien wie Palladium effizienter zu nutzen, indem man die Fläche, die eine bestimmte Masse dieses Metalls bedecken kann, vergrößert, indem man sie Atom für Atom verteilt. Dies ist nämlich die ultimative Mindestmenge an Metall, die man in ihnen verwenden kann. Und das ist ein sehr einfaches Prinzip. Wenn man Materialteilchen hat, dann gilt, je kleiner man es macht, desto mehr Außenfläche hat man pro Menge dieses Materials. Und je kleiner man diese Partikel oder Plattierungen macht, desto mehr Konverter kann man mit der gleichen Masse an Platinoiden herstellen. Ergo, desto billiger sollte diese Herstellung sein. Doch das Palladium Engineering auf atomarer Ebene bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Ein einzelnes Atom ist viel weniger stabil als ein Cluster und damit noch viel weniger stabil als ein loses Metall. Daher wird derzeit viel darüber geforscht, wie man ein einzelnes Atom von Palladium, Rhodium oder Platin dazu bringen kann, an Ort und Stelle zu bleiben und seine Funktionalität über einen langen Zeitraum zu erhalten. Dies ist in der Tat ein sehr spannendes Forschungsgebiet. Es ist ein weiter Weg bis dahin, dass diese Technologie für jegliche praktische Anwendungen bereit ist. Eine Welt voller emotionsfreier Elektrofahrzeuge ist also noch nicht in Sicht. In der Zwischenzeit sollten Sie, wenn Sie ein benzinbetriebenes Auto besitzen, Ihren Katalysator im Auge behalten und sich nicht von der Welle der Palladium-Kriminalität mitreißen lassen. Wenn Ihnen unser heutiges Thema gefallen hat, liken Sie dieses Video doch. Um weitere Videos dieser Art zu genießen, können Sie den Kanal gerne abonnieren. Und vor allem hinterlassen Sie uns Vorschläge für unsere nächsten Themen. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, damit Sie unser nächstes Video nicht verpassen. Von unserer Seite aus sagen wir bis bald auf ATAG. Bis bald auf ATAG. Bis zum nächsten Mal.